Ja, dass Mutter da ist, ist ein Segen. Ja, weil wir haben ja manchmal so viel zu tun. Oder wenn ich zum Beispiel hier mit dem, wenn ich mit dem Meinhardt unterwegs bin, ist Katharina ja mit Paloma zu Hause. Aber wenn wir so zusammen unterwegs sind oder so, passt Mutter auf. Das ist klar. Nee, ich muss so ein Kind nicht überall hin mitschleppen, das ist wirklich nicht. Ja. Und Ende des Jahres wollen wir auch wegfahren. Da ist Paloma auch bei meiner Mutter. Nee, du musst mit so einem Kleinkind nicht immer überall durch die Gegend zuckeln. Also du musst ein Kleinkind nicht überall hin mitnehmen, Heinz. Das muss wirklich nicht sein. Ja, so ist es. Ja, mit der Übernachtung können wir ja auch noch machen. Kati ist einverstanden. Ja, machen wir. Lagen wir zu.